Thomas sucht den Konfluenzpunkt 52 Grad Ost und 12 Grad Nord. Keine Ahnung! Na gut! Hast du schon mal so null? Ne. Thomas macht Konfluenzdancing. Das heißt, er sucht mit seinem GPS-Gerät so lange, bis er genau die Koordinaten 12 und 52 hat. Wir sind hier am Schloss Leitzkau vorbeigefahren, waren vorher auf den Ländereien, wo die Mägde und Knechte gearbeitet haben. Exakt da! Da ist er! Ja, du hältst es genau im Lot über das Kreuz, genau. Das dauert einen Moment. Ja, doch! Ich möchte dich mal. Stopp! Hier auf dem Acker zwei Meter Neuigkeit. Hier auf dem Acker zwei Meter Neuigkeit. Ich habe mich bei, wenn ich muss. Ich bin ein anywhere. Ich bin eine ganze Zeit. Nein!